Und die Leute, die nehmen das Wort auf ihre Karte, auf die leichte Karte, die sagen, die wussten so schlimm an der Musik. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagt, la yakunanna fii hàzihi l'umma khasfun, wa qathfun, wa maschun, wa thalika ila shaymul khumur, wa tachad ril qaynat, wa darabu bin ma'azif. Er sagt, sallallahu alaihi wasallam, es wird in dieser Ummah ein Erdrutsch geben. Die Erde wird aufgehen und die Leute werden verschlungen werden in der Erde. Und es wird ein Steinregen geben und es wird eine Verwandlung von Menschen geben in Affen und anderen ästlichen Dingen. Dieses als Antwort, weil sie den Alkohol trinken und weil sie Sängerin zuhören und mit den Musikinstrumenten spielen. Er sagt dir, was ist so schlimm an Musik? Das ist eine Masche von Shayban, wie er die Leute vom Gedenken an Allahs wegbringt. Siehst du nicht die Leute, wie berauscht sie sind, wenn sie Musik hören? Einmal kam ich raus aus meiner Wohnung, es war dunkel und ich sah nur eine Person, der macht so, vor der Wohnung. Ich dachte, Jim, aber ich wusste, Jim, du kannst keine Jim sehen. Sagst du, Hala, was ist das? Der hat Musik gehört. Dropek, Beepäk, ich weiß nicht wie viel war es. Aber wo du bist, ich sag da, die sind weg, weg. Das merkt ihr auch an ihre Zeichen zu bringen. Ja, okay, Allah hat mich zeigen, macht mich nicht sicher.